Hallo Freunde, Servus und herzlich willkommen. Hallo Björn. Boahoi. Wir haben jetzt gerade Pause gemacht, wir sind beim Grillmaster. Nichtsdestotrotz haben wir aber die Möglichkeit gerade, wir werden jetzt den Bürgermeister anrufen, von dem wir schon hundertmal erzählt haben und wir werden dementsprechend den Termin ausmachen, was wir gesagt haben, für den Forst. Das heißt, ich würde ihn bitten, das ist halt leise Satz, weil es ist halt jetzt hier dieses alte Telefon. Ja, das ist noch ein Münztelefon. Ah ja, stimmt. Ich hoffe, du hast genug Kleingeld dabei. Vielleicht kann der Kollege noch ein wechseln. Na egal, wir schauen einmal. So, hallo Herr Bürgermeister. Grüß Gott, hallo. Servus. Wie geht es Ihnen denn? Ja, Herr Bürgermeister, wir haben ein Anliegen an Sie. Wir haben ja ausgemacht, wir haben ja schon einmal geredet, bezüglich den Forst hier in der Region. Der Forst in der Region, haben wir gesagt, dass der schon lange nicht mehr bewirtschaftet worden ist. Jetzt, bräuchte ich aber einen Termin verhindern. Haben Sie da irgendwelche? Was stellen Sie sich denn da vor, was Sie da machen würden? Ja, wir haben ja vor, dass wir den Hof wieder auf die Kur- und Tourismusgeschichte wieder aufbauen. Und dementsprechend wollen wir ja den Forst wieder erstens optisch natürlich ansprechend machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ausschaut mit Wetterbedingungen hier in der Region. Wir sind ja von weiter weg hergekommen. Es ist halt die Frage, was da alles für Arbeiten anfällt. Wir wollten es uns erstmal eigentlich noch anschauen, aber wir haben gesehen, da hinten sind schon Bäume umgestürzt gewesen. Ja, schaut glaube ich nicht so gut aus. Also geplant ist erstmal eigentlich den Forsten aufforsten und dementsprechend dann gucken, was für Arbeiten da anfallen. Das hört sich ja alles nicht schlecht an. Und was natürlich den Tourismus belebt, ist natürlich nur positiv für unsere Gegend hier, für unsere Stadt. Also da kann ich Ihnen nur beipflichten. Das werden wir auf jeden Fall vereinbaren können. Leider ist es derzeit ein bisschen knapp, denn wir haben ja auch Volksfestzeit. Dementsprechend ist ja hinterher auch das Volksfest, hat dementsprechend hier viel zu tun. Wenn es Ihnen was ausmacht, müssen wir es halt wahrscheinlich verschieben. Und zwar nach dem Volksfest. Das wäre dann so circa in einer Woche, hätten Sie da denn Zeit. Ja, das hört sich nicht schlecht, aber wir hätten noch fragen wollen. Wir haben auch vom örtlichen Gerätehändler gehört. Es gibt bei Ihnen in der Region auch von Zeit zu Zeit diese Händlertage, genau. Händlertage, wo die Händler ihre Geräte ausstellen. Wo man sie auch testen kann. Könnte man das auf einen Tag verlegen? Ich habe auch natürlich, hat er Prospekt ausgelegt gehabt, der Händler, der örtliche. Ziemlich netter Typ. Und wir haben dann dementsprechend geguckt, wenn es halt gut passt, dass wir da eventuell ein, zwei, drei Geräte probieren, direkt im Forst. Je nachdem, wie der Forst eben befahrbar ist. Zum befahrbar machen, hätten wir uns überlegt, dass wir den uns zu zweit anschauen. Wir brauchen halt nur Ihre Genehmigung. Und das ist jetzt aktuell erstmal gegangen. Das ist natürlich nicht so leicht. Dann müssen wir erstmal schauen, wem gehört der Grund. Der Grund ist aktuell noch im Privatbesitz. Das heißt, wir müssen den erstmal aufkaufen, dass er der Stadt gehört, um ihn dann zu verkaufen. Beziehungsweise ihm zumindest eine Pachtgenehmigung zu geben. Der Besitzer ist, ja, war ein alter Bauer, muss man sagen. Die Frau verwitwet, aber natürlich tut sich da in der Landwirtschaft gar nichts mehr. Auch in der Forstwirtschaft, das Gehölz liegt quasi einfach brach. Dort wird nichts mehr gemacht. Dort wird sich nicht um die Baumpflege gekümmert. Dort werden keine vom Käfer befallenen Bäume umgeschnitten. Also da wäre natürlich super, wenn sie sich drum kümmern würden und das natürlich wieder aufleben lassen. Eventuell könnte man auch hier in Verbindung mit der Stadt eventuell Radwege durch den Forst machen oder zumindest so einen Wanderweg. Was natürlich auch für den Tourismus nochmal wirklich positiv wäre, dass man das einfach, ja, die eine Hände wäscht, die andere sage ich immer gern. Das wäre natürlich super, wenn sich das irgendwie machen ließe. Die Absicherung der Radwege, wird die Absicherung von der Stadt übernommen oder wird das, sollen wir denn mitmachen, diese Absicherung links und rechts. Wir haben nur stellenweise, haben wir uns schon mal vor außen den Wald angesehen und wir haben aber gesehen, dass, wie gesagt, stellenweise da doch Böschungen vorhanden sind. Und ich glaube, ohne Absicherung wäre das, glaube ich, für den Tourismus, wir haben uns das angeschaut. Ich meine, wir haben am Bauernhof, wir haben diese Aufzeichnung gefunden, wie es früher ausschaut und ausgelegt. War es ja für Familien und für Senioren in erster Linie. Und wenn da Kinder mit ihren Eltern Rad fahren, ist das, glaube ich, zumindest förderlich, wenn man die Absicherung eventuell gleich mitmacht, dass das ein Arbeitsschritt wird oder dass man dementsprechend das zeitgleich oder in kürzeren Abständen macht. Ja klar, natürlich muss man schauen, dass das Ganze auch begutachtet wird von Leuten von der Stadt, eben auch vom Forstamt, die das Ganze begutachten. Auf die Sicherheit gesehen, was ich jetzt weiß, sind dort schon viele Käferbäume vorhanden, die dann eben auch entfernt werden müssen. Eventuell ließe sich dann zum Beispiel eine Waldschneise durchmachen, die eben dem Verlauf der Käferbäume ein bisschen entgegenkommt, dass quasi die Bäume sowieso weg müssen und dann lässt sich eben dort vielleicht einen Radweg machen. Er muss ja nicht zwingend gerade sein, darf ja auch eine Biegungen machen. Das muss ja keine Autobahn werden durch den Forst, von daher sollte man eben doch noch ein bisschen den natürlichen Lauf des Waldes nutzen und eben dann möglichst wenig Bäume umsägen und dem Waldboden gleich machen. Von daher finde ich das Ganze relativ natürlich belassen. Natürlich die Absicherung wäre natürlich super, wenn sie sich darum kümmern könnten. Im Prinzip geht es ja nur darum, dass einfach gewisse Abstände eingehalten werden, dass zumindest alles das Gestripp, das Geäst am Rand weggemacht wird. Eventuell kann man hier neue Bäume einpflanzen. Und natürlich auch die Käferbäume, die den ganzen Wald dann eben ein bisschen leer aussehen lassen, die dann wegkommen, würde ich dann auch eben vorschlagen, dass man das neu anpflanzt. Wenn sie sich darum über alles kümmern würden, wird das natürlich super und wäre natürlich auch für uns eine tolle Sache. Und wir würden uns dann auch bemühen, hier eben bei der Witwe des... Stopp mir kurz. Thomas? Bitte sehr, Herr Bürgermeister. Ah, die Scheiße. Der Witwe würde ich gerade sagen. Nein, der Witwe. Meine Fresse. Wie heißt denn das? Sie ist eine Witwe. Der Witwe. Oder? Also für das Deutsch ist der Böhranzustand. Die Witwe. Und ich war auf der Witwe. Also Böhranz, wie hat das 1930 geheißen? Macht das so wie die Mitbewohner mit Migrationshintergrund sagen einfach, der Witwe. Die da, der Olle. Ja, okay. Geht's wieder? Es hat nie geändert. Also die Witwe, da müssen wir halt mit der reden, ob das die machen würde, ob sie dann uns den Grund überlassen würde oder eben auch direkt für sie als Pachtgrund zur Verfügung stellt. Ich würde hierbei dann auch eine Vermittlerrolle einnehmen, das heißt, eventuell können wir hier dann das doch erreichen. Die Frau ist mittlerweile 77 Jahre alt, wohnt natürlich auch hier irgendwo in der Einöde, was auch nicht mehr so leicht ist heutzutage mit diesem Alter. Was natürlich super wäre, wenn sie sich da auch mal vorstellen würden, eventuell sogar mit mir wieder einen Termin vereinbaren. Okay. Um mal mit der Frau zu reden, dass sie die Pläne ja mal ein bisschen breit treten und ihr mal erzählen, was sie denn vorhaben mit dem Forst. Ich meine, das Ganze sind jetzt insgesamt acht Hektar. Das ist wahnsinnig viel. Also das ist wirklich ein großer Forst und ich sage mal, mit dem Grund kann man wirklich vieles machen, was dem Tourismus hilft, was den Leuten hilft. Also da kann man viel planen, was natürlich naturbelassend sein soll. Was eine Idee von mir wäre, wäre natürlich bei der Anhöhe, das ist ja doch relativ bergig hier oben, hätte man einen super Ausblick, wenn man hier sogar einen hölzernen Aussichtsturm richten würde. Beispiel, sowas würde jetzt preislich ja relativ gering bleiben, wenn das aus Holz ist. Ich sage mal so, ja 30 Meter ist natürlich schon eine Menge, aber das wäre halt für die ganze Gegend wirklich ein Aussichtspunkt, der seinesgleichen sucht, wäre zu überlegen. Das würden natürlich hohe Kosten sein, das ist ganz klar, aber wir müssen doch auf die Zukunft denken, auf unsere nachfolgende Generation, was die davon haben. Und da sollten eben auch irgendwo mit gutem Beispiel vorangehen und auch für die Gemeinschaft etwas tun. Von daher würde ich das ganz gut finden, wenn sie das auch unterstützen würden oder eben da in Grund diese paar Quadratmeter für den Turm zur Verfügung stellen würden. Gut, dann werden wir das so machen. Wir werden uns das einmal anschauen. Das Gespräch, da kommen wir nochmal viel noch zurück, wenn das mit der Witwe stattfindet. Und wir würden uns dann das einmal zu zweit anschauen und würden dann, wenn es Probleme gibt, auf jeden Fall nochmal Rücksprache halten, Melina. Ja, soweit ist der Plan gleich. Also wir haben da eigentlich nichts anderes vorgehabt. Also Sie können natürlich, wollte ich nur mal richtigstellen, Sie können natürlich weiter hier Forstwirtschaft betreiben, sobald der Grund für den gepachtet wird und sobald das eben auch im Pachtvertrag mit einfließt. Aber zumindest in diesem Bereich, wo halt eben auch die Bürger ihre Möglichkeiten haben, sich hier auszuleben, eben durch diesen Rad- und Wanderweg oder auch beim Aussichtsturm, dass man hier natürlich das alles so lässt, wie es ist. Natürlich, es muss sein, wenn zum Beispiel jetzt ein Käferbaum da ist, dann muss der weg, das ist eh ganz verständlich. Aber ich meine, bei 8 Hektar ist der Forst groß genug, da können Sie sich, wie gesagt, da können Sie forsten, was Sie wollen. Natürlich macht es wenig Sinn, hier alles niederzusägen, aber halt, wie gesagt, ordentliche Forstwirtschaft zu betreiben, das ist natürlich überhaupt kein Problem. Okay, ja super, dann klingt ja das schon mal sehr vielversprechend, dann haben wir zumindest schon mal die gleichen Ansichten. Dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle einmal Danke vielmals für dieses Gespräch, für Ihre Zeit. Sie sind ein sehr vielbeschäftigter Mann, haben wir mittlerweile schon festgestellt, das ist leider Gottes. Das ist richtig, ja. Ja, deswegen nur telefonisch. Wir werden, wie gesagt, versuchen, das so umzusetzen, wir werden aber nur einmal auf Inner zurückkommen, wenn es denn dann Themen gibt, die wir dann nochmal ansprechen müssen. Herr Bürgermeister, danke vielmals. Wer steht der Termin an, in einer Woche Samstag? Wir werden schauen, in einer Woche Samstag habe ich in meinem Kalender eingetragen, dass ich außer Lande bin, also da muss ich nochmal schauen, inwieweit. Ach, Sie gehen wahrscheinlich ins Ausland wegen diesem Pokéwalk, ist das richtig? Nein, nicht ganz. Es ist eine sportliche Betätigung. Wir wären von unserem Dorferneuerungsverein Reften gefahren. Die Geschichte ist natürlich, ja, schauen wir mal, ob das jetzt fix ist, beziehungsweise wie lange diese Veranstaltung stattfindet. Ja, alles klar, aber wir können ja uns einfach nochmal zusammentun, absprechen, absprechen wegen dem Termin. Wie gesagt, natürlich habe ich wenig Zeit, aber am Wochenende lässt sich doch sicher mal ein, zwei Stündchen Zeit finden. Wenn Sie wollen, können wir sogar mit dem Rad dahin fahren. Ich bin da doch sehr aktiv beim Radsport und wenn Sie auch ein bisschen sportliche Betätigung suchen, könnten wir das gleich verbinden und könnten uns das einfach mal anschauen. Ja, das Elektrorad, das wäre dann genau so meins. Ja, super, Herr Wolfinger, danke vielmals für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ich bedanke Ihnen auch. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Okay, Björn, das klingt ja ganz sauber, was der Herr Bürgermeister gesprochen hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe nur gerade die Haus der Gemeinde angesehen. Ich glaube, die brauchen auch eine neue Außenfassade. Ja, ich habe mich auch mal umgeguckt. Aber der Ort ist sehr düllisch hier. Da kann man auf jeden Fall einiges sicherlich rausholen. Ich wäre mal dafür, dass wir jetzt einmal zurückfahren. Taxi, glaube ich, kommt erst in einer halben Stunde circa. Das heißt, wir werden hier noch kurz, bis Sie hier beim Grillmaster, werden wir noch kurz eine Grillhaxe uns reinhauen. Obwohl, ehrlich, ich bin eher der Händchen-Typ, ich bin mir noch nicht sicher. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge am Hof bei unseren Arbeiten. Bis dann. Tschüss. Guten Hunger.